ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Zeitung – Aufbau, Merkmale und Funktion Zeitungen sind seit dem 19. Jahrhundert ein weit verbreitetes Massenmedium. Das heißt, sie sind seit dieser Zeit wesentlicher Bestandteil unserer modernen Gesellschaft, weil sie der Bevölkerung als Informationsquelle und zur Meinungsbildung dienen. Ihre Aufgabe ist es, den demokratischen Diskurs in der Gesellschaft zu sichern. Aus dieser Funktion heraus entwickelten sich Muster und Normen der Berichterstattung, zum Beispiel Sachlichkeit, Objektivität und die Trennung von Nachricht und Meinung. Aus Interesse an wirtschaftlichen Erfolgen sind einige Verlage auch daran interessiert, Publikumsbedürfnisse wie zum Beispiel Unterhaltung, Neugier und Sensationslust zu bedienen. Man kann Zeitungen auf unterschiedliche Art und Weise voneinander unterscheiden. Zum Beispiel nach ihrer Erscheinungshäufigkeit – Tages- oder Wochenzeitung. Nach dem Verbreitungsgebiet – regionale Zeitung oder überregionale Zeitung. Und nach ihrem journalistischen Anspruch – seriöse Presse- oder Boulevardzeitung. Wie der Name schon sagt, erscheint eine Tageszeitung täglich. Wochenzeitungen hingegen wöchentlich. Regionale Zeitungen nennt man auch Lokalzeitungen, weil sie nur in einer bestimmten Gegend, Region, herausgegeben werden. Das erkennst du schon oft am Namen, zum Beispiel ist die Berliner Zeitung eine regionale Tageszeitung. Überregionale Zeitungen sind in ganz Deutschland erhältnig. Dazu zählt unter anderem die Zeit, die als überregionale Wochenzeitung erscheint. Die Zeit zählt zur seriösen Presse, auch Prestigepresse genannt. Diese setzt sich mit zentralen Problemen ihrer Zeit auseinander und bietet einen hohen Informationswert. Das erkennst du an wahren Berichten, die in eine seriöse Diskussion mit oft intellektuellem Anspruch eingebettet sind. Die strikte Trennung von Information und Meinung wird gewährleistet. Boulevardzeitungen sind hingegen sensationsorientiert und haben einen hohen Unterhaltungswert. Das erkennst du meist an einer auffälligen Aufmachung. Damit sind große, plakative Schlagzeilen, auffällige Farben, wenig Text sowie ein hoher Bildanteil gemeint. Du hast vielleicht schon mal von der überregionalen Boulevardzeitung Bild gehört, die die Auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland ist. Viele Zeitungen betreiben neben ihrer gedruckten Ausgabe auch eine Online-Ausgabe. Während Internetzeitungen ebenfalls die Funktion haben, Lesende zu informieren, weisen sie dennoch ein paar Besonderheiten auf. Im Gegensatz zu gedruckten Zeitungen können Online-Zeitungen ständig aktualisiert werden. Bei interessanten oder wichtigen Ereignissen kann das sogar mehrmals am Tag passieren. Außerdem können ihre Artikel um multimediale Inhalte, wie zum Beispiel Film- und Tonbeiträge, ergänzt werden. Des Weiteren sind sie zu einem gewissen Grad interaktiv, weil Lesende die Möglichkeit haben, zum Beispiel per E-Mail Leserbriefe zu schreiben, Artikel direkt zu kommentieren oder sich mit anderen in Chats oder Foren auszutauschen. Einzigartig für Online-Zeitungen ist außerdem eine Such- bzw. Archiv-Funktion. Lesende können somit gezielt auf Artikel zu einem bestimmten Thema aus zurückliegenden Ausgaben der Zeitung zugreifen. Zeitungen haben einen typischen Aufbau. Die Titelseite einer Zeitung soll die Lesenden über den Inhalt der Zeitung informieren. Damit möglichst viele Themen bereits auf der Titelseite genannt werden können, werden die Texte zunächst nur angerissen. Stattdessen gibt es Seitenverweise auf eine genaue Darstellung im Innenteil. Jede Zeitung hat ihr ganz eigenes Layout, aber in der Regel finden sich folgende Elemente auf fast jeder Titelseite. Der Zeitungskopf mit dem Titel der Zeitung, der Ausgabennummer, dem Datum und dem Preis, die Schlagzeilen, auch Headlines genannt, ein Titelbild, ein Aufmacher, also ein Leitartikel, der die wichtigsten Ereignisse des Vortages oder der vergangenen Stunden kommentiert, und die Nachrichten. Typischerweise beschäftigen sich die ersten drei Seiten häufig mit den aktuellen politischen Ereignissen im Land und in der Welt. Jede Zeitung ist in sogenannte Ressorts, also Themenbereiche, gegliedert. Zu den wichtigsten Zeitungsressorts gehören Politik, Wirtschaft, Sport, Lokales und Kultur, auch für Jeton genannt. Im Kulturteil einer Zeitung erscheinen beispielsweise Rezensionen von Neuerscheinungen in den Bereichen Literatur, bildender Kunst, Architektur, Politik und Geschichte. Außerdem Kritiken zu Filmen, Opern, Theaterinszenierungen oder Ähnlichem. Oft werden dort auch Debatten zu kulturellen und weltanschaulichen Streitfragen abgedruckt. Andere typische Inhalte einer Zeitung sind zum Beispiel Berichte, Nachrichten, Reportagen, Glossen, Kommentare oder Leserbriefe. Die meisten Zeitungstexte sind im sogenannten Lead-Stil aufgebaut. Das bedeutet, dass das Wichtigste zuerst genannt wird. Auf die Basisinformation folgt eine Zusammenfassung der zentralen Informationen und anschließend erst die Detailinformationen. Indem Kernaussagen zuerst genannt werden, gehen so beim Abbruch des Lesevorgangs keine wichtigen Informationen verloren. So, dann wollen wir mal schauen, was heute so in der Zeitung steht. Woopsie!